Tja, das war wohl ein kurzer Spaziergang. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Und was jetzt? Ganz einfach. Wir hören auf diesen Genai und schnappen uns jemanden für die Folterkammer. Hm. Scheint wohl so, als wäre das nur das Einzige, was wir noch tun können. Was meinst du, Walna? Walna! Was ist los? Du solltest öfter seine Gedanken lesen, Alain. Wir können nichts dafür, dass du unsere nicht lesen kannst. Nun ja. Was will man auch von meinem Vampir der dritten Generation schon erwarten? Hör auf, in meinen Gedanken zu lesen. Puh. Das glaubst du doch selber nicht. Du bist eine Gefahr für uns. Was? Was ist denn nun los? Frag doch Aska, den kleinen Gedankenspion. Unser kleiner Walna hatte irgendwie eine Vision von Vincent Weinhardt. Sehr auffällig. Was soll das heißen? Dass du wahnsinnig wirst, das soll es heißen. Hört doch endlich mal auf, euch zu streiten. Was für eine Vision hattest du? Es gibt hier einen Geheimgang. Dann benutzen wir ihn doch. Wir sollten ein Auge auf ihn werfen, Alain. Ich habe keine Lust, irgendwann von ihm einem Wahn abgestochen zu werden. Der einzige Wahnsinnige bist du hier, Aska. Verflucht doch mal, benehmt euch doch endlich. Gehen wir zum Geheimgang. Hier war er, oder? Nein, hier. Hier ist ein lockerer Stein. Was für Überraschungen werden wir uns noch erwarten. Das werden wir gleich sehen. In dem Geheimgang waren wir ja überhaupt noch gar nicht. Was ist das da? Geister! Töten wir sie! Kirtisch! Yeah! Flucht der Geister! Was macht das? Alain ist blind. Das ist Aska verwirrt. Klasse. Vielleicht trifft die Alain ja trotzdem mal. Der erste Geist ist tot. Aber er hat sich wenigstens selber aus der Verwirrung... Jetzt ist Alain verwirrt. Na klasse, es ist sich selber trifft Alain. Ist jetzt nicht mehr blind, oder was? Oder war das ein Glückstreffer? Die ist schon verwirrt, blöder Geist. Bist auch schon selber verwirrt, oder? Oder kannst du uns nicht unterscheiden? So, Aska-Lifte. Die ist immer noch verwirrt. Yep. Jetzt ist sie tot. Jetzt ist sie auch nicht mehr verwirrt. 620 Erfahrung und 2 Seen. Alles. Walna und Alain haben Level 16 erreicht. Cool. So, dann heilen wir uns doch mal. Mist. Ich bräuchte ein bisschen Blut. Habe ich aber nicht mehr. Das ist nicht gut. Benutzt mir Zuflucht. Dann schlafen wir auch gleich mal. Mal wieder, geh halt. So, dann gehen wir jetzt runter. Steuernahmen holen. Ich frage mich, wo er den Abstand hingetan hat. Geil, mindestens 1000. 1124. Jetzt kosten aber die Söldner ja auch 320 pro Stück. Das Geld werden wir also dringend benötigen. Mal sehen, was die Dieben alles für uns gefangen hat. Eine Heilfiole. 308 viel. Ah, geil. So, dann gehen wir hier schnell verkaufen. Das Heilbalsam verkaufe ich mal. Heilfiole oder Heilflasche? Ach komm, wir verkaufen die Heilfiole und lassen dafür die Heilflaschen. Die lassen wir noch. Genauso wie die Heiltränke. Das lassen wir. Lassen wir Säure tragen. Schlafmattel lassen wir. Den Piratensebel verkaufen wir. Das war's. So, und jetzt gehen wir zu dem da. So, wir wollen ein paar Männer. Sieben können wir uns leisten. Kaufen wir uns doch sieben. Dann schauen wir gleich mal nach oben. Statusruhne haben wir ja leider immer noch nicht gefunden. Oh, und so zwei Seelen können wir nichts Neues mehr lernen. Ist echt blöd. Gut, dann gehen wir jetzt schnell zu Hohenack. Die Söldner neu verteilen. Wir haben hier 17. Und hier haben wir 9. Sind insgesamt 28. Also ganze 14. Dann ziehen wir hier noch 3 ab. Und hier geben wir die 3 dazu. Moment mal. Habe ich mir jetzt irgendwie vertan? 13. Habe ich mich wohl verlesen. Okay. 13 pro Schloss. So, dann. Gehen wir schnell aufs Dach. Und saugen. Wieder jemanden aus. Wie wär's mit dem verrückten Stan diesmal? So, und. Auf dem Dach. Fledemarsmantel. Wer rückt ist denn? Aussaugen. Mirain braucht Blut. Verrückter Stan. Aska und Walna sind schon wieder voll. Aska war, glaube ich, sogar schon voll. Ich glaube, die wird überhaupt nicht voll hier. Bei dem. Ne, wir müssen aufhören. Sie ist fast voll, aber das ist... Mehr wäre nicht gegangen. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Ja, komm, 100, 505. Das reicht schon. Porten wir uns zurück. Ah, nee. Ich speichert Nord. So, ich schaue jetzt erstmal hier nach oben. Uh. Der Wiesersbruch. Ah, unglaublich. Sir Vincent, hier ist das Lachsenkraut, das ich euch besorgen sollte. Ah, danke euch, Elaine. Dabei kann ich den Heiltrank fertigstellen. Die Menschen in Asram brauchen meine Heilkünste. Als Priester hat man eben einen wichtigen Stand. Wir sind alle dankbar, dass ihr hier seid. Und ich bin dankbar, eine so fähige Assistentin zu haben. Ohne euch wäre meine Arbeit viel schwieriger. Ich danke euch. Könnt ihr mit dem Buch etwas anfangen? Die Gedanken machen mir Sorgen. Ich habe alles vergessen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, bevor Vincent mich mit einem Fluch belegt hatte. Vielleicht wenden wir noch mehr raus, wenn wir uns umsehen. Es scheint, als würde dieser Ortwahl das mit Armvorstellungen verstärken. Das macht mir Angst. Wir gehen jetzt mal nach unten, wenn es da nach oben weiter, eigentlich weiter geht. Tüten wir nochmal die Geister. Ich hoffe, wir tüten sie diesmal ein bisschen schneller. Komm schon, Kritt und nein. Kein Kritt. Na klasse, jetzt sind die beiden blind. Und heilt Elaine halt. Walna greift an. Asuka zaubert. So, geh halt. Walna greift wieder an. Geh killt und Asuka zaubert. Ups. Ah, warte mal die. Die hat getroffen. Verfehlt. Ha! Kritisch. 72. Lass mich einfach angreifen. Vielleicht treffen sie mal, weil sie wachen aus der Blü... Also, wir können wieder sehen mal. Ja, getroffen. Ja, getroffen. Hier ist bestimmt irgendwo ein Geheimgang und ich kann ihn nur nicht benutzen, oder? Hm? Also, ich... Ich meine, ich kann ihn nicht sehen mit dem Pfeil. Okay. Nichts. Okay, geh mal weiter. Ist hier was? Nein. Hm. Hier auch nichts. Was ist denn das Grüne da? Nichts. Da will ich nicht runter. Da hängt ein Säbel. Mist, geht nicht. Start wird da. Auch nicht. Hm. Aha. Haha. Achso. Ein Heimwassermal hatten. Geheimnis. Gibt's doch sicher noch irgendwo was, oder? Bei den ganzen Skeletten hier. Nö. Dann töten wir den Geist hier. Nein, dann müsste er auch schnell tot sein. Ich schätze, jeder noch einmal angreifen und tot ist er. Wind macht, oder verwirrt hat er uns ja nicht mehr. Ah, und tot. 290 Erfahrung und eine Seele erhalten. Das war der falsche mit der Lane-Heiliger. Da ist nichts. Ach, ich komm da gar nicht so durch. So, Geist. Oder Geist. Geister, ja. Wäre es lieber, wenn ich da irgendwie einen Treffer, bei dem ich das Puder saugen könnte. Ein bisschen Blut wäre nicht schlecht. Die können auch noch Schattenwolke. So, Angriff. Und? Ich glaube noch einen Angriff von Elaine und der ist tot. Yep. Nur noch ein Geist. Wer fehlt. Das gefällt mir. Der Lane macht irgendwie viel mehr Schaden als die anderen. Hat die eine bessere Waffe oder so? Geküllt. So, 580 Erfahrung und zwei Seelen. Schwache Heilung. Schauen wir gleich mal, ob wir hier irgendwo was finden. Einen Helper sollen wir erhalten. Geheimnis. So, dann. Was haben wir hier? Nichts. Auch nichts. Hm. Da ist ein Geist. Zwei Geister. Ein grauer und ein eher brauner. Hm. Haben die auch verschiedene Fähigkeiten oder so? Oh, blind. Den grauen haben wir auf jeden Fall gekillt. Perfekt. Perfekt. Das gibt es eigentlich auch schon bald wieder der Level abhaben, oder? Gute Geister. Komm schon, Asgard. Kill den? Ja. Sechsonerfahrung und zwei Seelen erhalten. Hätte ich noch vielleicht ein Blut oder sowas? Nee. Was haben wir hier? Eine Heifflasche erhalten. Dann auch nirgends was. Noch ein Geist. Ah, jetzt ist die Lane wahrscheinlich rasend. Ja. Das ist nicht, obwohl das eigentlich vollkommen egal. Gut, die Lane greift jetzt zwar nur so an, aber es ist trotzdem immer noch rasend und greift an. Sie ist sehr wütend. Ja. Erleihnis rasend. Ne, trifft zu. Ja. Aber... 85 hier vorhauen. Und zwei Seelen erhalten. So, jetzt kann ich noch nicht mehr heilen mit der Lane. Ich brauche aber wieder ein bisschen Blut. Ich finde es echt schade, dass hier keine Blutgegner sind. Einmal ist einmal erhalten. Geheimnis. So, was haben wir da drin? Ein Ring der Sicht erhalten. Was macht der? Was ist er denn? Da, Ring der Sicht. Gelber Ring. Schutz vor blind und geblendet. Ah, okay. Cool. Füllen wir den Geister. Zwei. Zwei brauner Geister. Walner ist blind. Und trifft auch nicht. Aber jetzt hat er getroffen. Das war schon der erste Geist tot. Und der zweite ist auch, glaube ich, schon so nahezu tot. Den hat er in der Alleingang schon sehr beschädigt. Ja. Und tot. Und tot. Und zwei Seelen erhalten. Gut, heilen kann ich mich ja jetzt nicht mehr. Das ist nichts. Wie komme ich da rein? Aber Moment mal, da bin ich hergekommen, oder? Ja, ich glaube, ich bin da hergekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Also gehen wir einfach weiter. Weinfässer überall. Und was ist da drin? Eine Lebensank. Gegenstand. Da. Lebensank. Wer kriegt denn hier diesmal? Wieder Ballner. So, geh mal die Treppe runter. Ein brauner Geist. Also im Vergleich zu Elaine. Elaine war ja im ersten eher die schwache Heilerin und Zap-Magierin. Und sie macht sie mehr Schaden als Asuka und Walner. Die Erfahrung und eine Seele erhalten. Hm. Sonst noch irgendwo was hier? Wahrscheinlich kriegt er hier jetzt dann gleich wieder eine Vision. Was ist denn das da? Kann ich auf jeden Fall nichts machen. Ein Geist. Zwei Geister. Eine Schattenwolke. Nochmal eine Schattenwolke. Das können wohl bloß die Schwarzen. Dafür können die Schwarzen aber nicht verwirren oder blind machen. Glaube ich zumindest. Doch können sie. Aber es verfehlt. So, ein Geist ist tot. Und der zweite muss jetzt auch tot sein, oder? Nein, noch nicht ganz. Vielleicht noch Walners Angriff. Nein, auch nicht. Noch ein Lanes Angriff. Yep. Asuka Level 17 erreicht. Und da oben hängt ein Säbel, den ich nicht nehmen kann. Das ist eine Pue. Kleine Seelensteine erhalten. Cool. Da kommen die nicht vorbei. So, dann schauen wir mal hier den kleinen Raum hier an. Hier wird doch wohl irgendwo was sein, oder? Nö. Gar nichts. Aber hier. Ein halbes Mal halt ein Geheimnis. Und das war's dann auch. Oder geht's hier irgendwo noch weiter? Nee. Hier geht's sonst nicht mehr weiter. Aber bloß das halbe Sam. Hier ist, glaub ich, noch... Ja, hier ist ein Geist. Hier ist es. Ja. Und das war's.